Durch das Gebäude, okay. Dann laufe ich aber am besten nicht an dem brennenden Typen lang. Oh ja, natürlich bin ich wieder mal zu blöd, um die Tür aufzumachen. Champoo. War das nicht der, der angeschossen wurde? Ah, ich kann doch aufbrechen. Au. Da. So. Gesichert, gesichert, na klar. Als ob ich nicht wüsste, dass hier vielleicht eine Tür sein könnte. Wissen wir ja nicht. Ah, 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 ah. Gereck. 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 Oh, Glückstreffer. Oder halt automatisches Zielen. Aber ich nenne das jetzt mal Glückstreffer. Sonst fühle ich mich wie ein Noob. Auto, Auto, Auto. Ähm. Ford. Auch von vorne nicht. Von vorne sieht es sehr aus wie ein BMW. Aber hinten ist Ford. Ne, vorne ist Audi, oder? Ne. Passt schon, BMW. Und hinten sieht es aus wie ein Ford. Naja. Okay. Einsteigen. Let's go. Okay. Jetzt passiert doch wieder irgendetwas. Wetten. Da stehen überall die Fahrzeuge. Ich wundere mich etwas über die Sohze. Wieso wundernst du dich darüber? Uuuhu. Ja, wir sind ja auch das Kanonenfutter. Wie die Bad Company. Fahr'n, fahr'n. Bestätigt. Hintern ist auf der Straße. Ich weiß, wie das aussieht. Der Pfeil erwartet doch gerade von uns, dass wir dem Inhalt ausweichen. Wir können Sie nicht überraschen, wenn Sie abwarnen. Wir müssen die Initiative ergreifen. Hab' ich gerade zugestimmt, über den Hitler zu beraten? Warum erschießen wir uns nicht selbst und nehmen Ihnen die Arbeit an? Ja, ist doch gut. Ehrlich gesagt, würde ich noch nicht in die nötige Aggression schenken. Scannt weiter. Noch nichts. Noch nichts. Wo ist der hin? Verstanden, 1-3. Umkehren nicht nötig. Wir schieben die Karre aus dem Weg. Aus. Oh. Du hast es gehört. Halt an. Nicht schon wieder. Soviel zum Thema Hinterhalt. Wer ist hinter uns? Panzerfaust. Überführung. Ah, doch. Klar, Mann. Ah. Gut. Die haben ja gesagt, wir sollen in den Hinterhalt gehen. Das wäre ja abgesprochen. Und jetzt? Okay. Wir gehen. Wir gehen in die Leit... Trepp, 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 Trepp. Trepp, Trepp hoch. Và... Ja, als sehr gut, schieb mich wieder neben. Arsch. Sch- Leise. Leise. Montes, komm, lauf. Lauf, ey. Lauf. Ich drwicke durch, bin Benidik. So. Hm? Links, frei. Treppe hoch. Frei. Darf ich die aufbrechen? Nein, darf ich mal wieder nicht. War ja klar. Äh, fehlt da nicht überhaupt mehr Hilfe? Flankenfeuer, okay. Verstanden. 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 Achso, wir müssen da hin. Toll. Ich schieße! Klart nach. Ach Gott sei Dank. Halt, Alter, 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 Alter. Habt ihr den nicht gesehen, ihr blinden Nüsse? Macht doch mal die Augen auf. Alter. Kannst du knicken, Alter? Ich komme da nicht runter. Okay, ich komme doch runter. Ich kann mich wenigstens verstecken hinter der Autos. Aufsteigse! Grenze! Wo? 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 Da hinten ist einer. Ich seh die nicht durch den Nebel. Angriff! Fuck! Grenze! Hä? Seh die nichts nicht. Jetzt sehe ich erst recht keinen mehr. So, 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 so. Okay, gesichert. Mein Gott, wie viele die Leute teilweise einstecken, denn das ist ja schon nicht mehr lustig, wo sie einen. Ach, Alter. Ach so, ich kann die Lichter nicht kaputt schießen. Wir haben Stahl-Lichter. Ach so, ich soll ja hier durchgehen. Gut. Boah. War da eigentlich noch gerade einer da draußen? Jo, siehst du mal, was du für ein Glück hast. Oh, das will ich aber nicht sehen. Dann suchen wir mal. Wir sind eigentlich von der Army, Mann. Wir haben immer Taschenlampen an den Waffen. Herr, bitte sofortige Luftunterstützung. T-90 Panzer, 200 Meter von hier. Verstanden? Luftunterstützung steht zur Verfügung, wenn sie rechtzeitig hier sind. Ich trau dem Frieden nicht. Ah, gut. Da war leer. Ich glaube, das ist die Bank. Ich nehm's an. Der scheiß D-90 ist ja da. Wir müssen was tun. Scheiße. Scheiße. Wo ist der hin? Leck mich fett. Hinterher. Schnell. Äh, was ist denn das hier? Floake? Ah ne. Kleines. Keiner. Zwischenbach. Was weiß ich. Was ist da. Platzierung. Brunnen. Ja, ist er gut. Spannend. Preise. Das Lärmchen ist jetzt offen. Sicher das Javelin. Fack uns das scheiß Ding ab. Wo denn? Kacke. Los, los, los. Feuer. Ja, gut. Feuer, klar. Alter. Hallo? Will der mich denn mobben? Ey, irgendwo bleibt das Teil hängen. Ey, der trifft doch voll. Wieso? Ey, äh, hä? Was ist das für ein Panzer, Alter? Ach, jetzt explodiert er, weil ich unten bin. Das ist ein Schrott. So, manchmal denkt man sich ernsthaft, das ist doch sinnlos. Wer baut denn auch so eine Bordsteine, ey, ganz ehrlich? Sehe feindliche Personen in den Fenstern. Andritt. Panzer, ne, der sich für mich. Panzer, hol raus. Ach, jetzt explodiert er beim ersten Mann. Beim anderen konnte er... Ach, da, da, da. Guter Schuss. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Uh, der Ex-LKW ist ja explodiert und ich stand daneben, lol. Feindlichen Panzer zerstört, gehen wir! Ja. Hat der gerade geschossen, obwohl der gelaufen ist? Das macht doch gar keinen Sinn. Sammeln. Du bist getroffen? Wer ist getroffen? Wir versuchen von hinten. Wir versuchen uns von hinten. Also, das haben die gesagt, ne? Das kommt nicht von mir. Folgen. Okay. Gib mir Deckung. Danke. Gib mir Deckung. Lauf, 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 lauf. Alter. Wau, wau, au, 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 au. Ha, jedes Mal laufen, wenn ich einem die düppelig vor die Linse. Ist ja ekelhaft. Oder hoch. Ja, natürlich. Ich bleibe ja auch an so'n scheiß Sandsack hängen. Ach, Mann. Ist das scheiße. Entschuldigung. Also, ich mach die Mission auch noch zu Ende und dann mach ich wieder eine Aufnahmepause. Denn ich nehme ja schon wieder eineinhalb Stunden auf und ich muss morgen wieder früh aufstehen. Also, ja. Au. Au. Ne, doch nicht. Wow. Okay. Kommst du? Können wir? Los, 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 los. Mann, 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 Mann. Oh, oh, oh. Ah, meine Fresse. Mission gescheitert. Ach, im Ernst. Wäre ich nie drauf gekommen. Ah, mein Gott, ey. Wie hab ich das damals bloß auf schwer geschafft? Ich will's gar nicht mehr wissen. Komm mal, halt die Fresse. Halt die Fresse. Komm schon, da hoch, los, 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 vorbeher. Alter, wollt's ihr mich verarschen? Jetzt komm, äh, ich krieg gleich einen Anfall. Mein Gott, ey. Schmeiß gleich wieder einen Controller gegen die Wand, ey. Das ist doch ekelhaft. Es heißt, ich soll dem Typen folgen. Nicht schießen. Denn dann muss ich doch da durchkommen. Ah. Meine Fresse, ey. Komm, halt die Fresse und lauf jetzt. Mein Gott, ey. Nichts Feindbewegung hier. Hey, wo muss ich jetzt lang? Achso. Ja, gib mir, gib mir eine Räuberleitung. Räuberleiter. Natürlich, und er schafft's allein, oder wie? Sind wir zu fett, oder wie? Kommst du? Juhu. Ding Dong Ding. Hilf mir hoch. Oh, ja, 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 ja. Ja. Jo. Zieh noch ein bisschen. Toll, und wie komme ich jetzt so? Komm, ja, lasst die Leiter runter. Danke. Äh, klettert die Leiter wie auf dem Kaffee-Grenzchen. Ja. Ja, natürlich. Da würde auch jeder drauf kommen. Bin drin. Und wir steigen über das Klo ein. Natürlich. Pass auf, nicht, dass der in die Scheiße latscht. Ah, Gott. Ist das... Ja, natürlich. Ich hab ihn! Kommt, durch! Ich glaub, der hat Warnschmerzen. Sicher! Obso hab ich jetzt eigentlich noch ein Messer, ey? Messer! Du bist dran! Ach so. Ich weiß nicht, wofür das Messer war. Toll, wieso hab ich den jetzt mit dem Messer abgemurkst, wenn ich jetzt alle anderen mit... Ja, der Sinn. Der Sinn. Der ist leider bei diesen Ego-Shootern irgendwie nie vorhanden. Ja. 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 So, langsam und leise. Langsam und leise. Ja.